Innere Unruhe, Gedanken kreisen, man kann sich auf nichts mehr konzentrieren, Nervosität, Angst, einfach schrecklich. Es gibt eine Wurzel, die all diese Symptome tatsächlich auflösen kann, nur leider spricht niemand über sie. Ab jetzt nicht mehr. Wenn wir zu lange diese Symptome haben, dann hinterlässt es auch in unseren Körperspuren. Ja, du hast richtig gehört. Angst hat nicht immer nur rein ausschließlich etwas mit unseren Gedanken zu tun, sondern auch mit unserem Körper. Nämlich, wenn wir zu lange diese Symptome, im Beispiel einer Angststörung, egal welche, oder Zwangsgedanken etc. haben, dann wird unser Körper nach der Zeit in Mitleidenschaft gezogen. Was meine ich damit? Unser zentrales Nervensystem. Der Sympathikus und der Parasympathikus scheinen dann irgendwann mal nicht mehr im Gleichgewicht zu sein. Es kann also sein, dass du mental die Übungen, die wir in den anderen Videos öfters besprochen haben, schon sehr, sehr gut umgesetzt hast. Nur leider, leider macht der Körper immer noch seinen, wie soll ich sagen am besten, der treibt immer noch seinen Spuk mit dir. Das ist natürlich ärgerlich. Und dieser Wirkstoff und dieser Wurzel, die ich dir heute erkläre, worum es geht, der wirkt an deinen Nervenzellen. Er dockt da an und sorgt für eine beruhigende Wirkung in deinen Körper, sodass Sympathikus und Parasympathikus wieder in die Mitte gelangen können. Vergiss GABA, vergiss 5-HTP, vergiss Safran und was es da noch so alles gibt. Natürlich finde ich diese Präparate nicht schlecht, ich finde sie toll. Aber diese Wurzel, die ist wirklich unschlagbar, sie ist toll. Sie war mal eine Zeit lang in Deutschland sogar verboten. Nämlich von dem Jahre 2002 bis zum Jahre 2015. Warum ist das so? Ganz einfach, man hat festgestellt, dass diese Wurzeln bei sehr, 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 sehr wenigen Menschen eine Leberzirrhose verursacht hat. Und ein ganz, ganz kleiner Teil von denen ist dann leider verstorben. Dann wurde diese Pflanze verboten. 2019 hat man sie dann komplett aus den Markt genommen. Also man konnte sie nirgendwo mehr bekommen. Vorher war es so, dass es noch Teile gab, wo man sie irgendwo bestellen konnte und da wiederum nicht etc. Ab jetzt kann man sie wieder frei verkäuflich überall kaufen. Also im Geschäft habe ich es noch nicht gesehen. Aber bei Amazon oder im Online-Bereich kann man sie sehr gut erwerben. Der Unterschied ist jetzt folgendes. Der Wirkstoff, der da drinnen enthalten ist, ist sehr, sehr, sehr viel niedriger konzentriert als damals. Da hat man jetzt auch wieder Studien gemacht und hat festgestellt, dass die Leber dadurch so gut wie gar nicht geschädigt wird. Vorher war das Präparat auf D4 gesetzt. D4 bedeutet, dass der Anteil, so sagt man es in Homopathik, der Anteil des Wirkstoffes in der Flasche zum Beispiel innen drin ein Viertel ist. Und das hat man jetzt verboten. Das bleibt auch weiterhin verboten, dass D4 nicht mehr erlaubt ist. Aber D5 und D6 an Anteil ist weiterhin erlaubt. Jetzt wirst du dir vermutlich zu Recht die Frage stellen, kann ich das denn trotzdem nehmen, nur weil das niedriger dosiert ist. Und da gab es ja ein paar Leute, die davon schon Leberzirrhose bekommen haben. Ja, du kannst das nehmen, aber hör mir genau zu. Es gibt ein paar Sachen, die du bitte beachten solltest. Wenn du regelmäßig Alkohol trinkst, vor allem in höheren Mengen, solltest du diesen Wirkstoff bitte, bitte nicht nehmen. Wenn du eine Hepatitis-Erkrankung hast, die dir bekannt ist, solltest du sie auch nicht nehmen. Wenn sie dir nicht bekannt ist, dann solltest du sie auch nicht nehmen. Deswegen wäre es vernünftig, dass du vorher deine Leberwerte checken lässt, dann zu deinem Arzt gehst und ihn mal fragst, ob er diese Leberwerte ansehen kann, wie Gamma-GT, GOT, GBT, Bilirubin. Wenn da alles in Ordnung ist, dann kannst du das in der Regel nehmen. Für Menschen, die regelmäßig Medikamente einnehmen, gibt es auch ein paar Dinge zu berücksichtigen. Gerade die Leute, die Antidepressiva nehmen, sollten da aufpassen in Verbindung mit SSRI. Kann es zu starken Wechselwirkungen kommen, hat man zumindest in Teilen festgestellt. Das Tolle an dieser Wurzel ist, dass es zu 98% den First-Pass-Metabolismus unterliegt. Das heißt, sie kann die berühmte Blut-Hirn-Schrange überwinden, genauso wie Antidepressiva und wirkt dann auch im Gehirn. Man vermutet, dass die Wurzel aus Neuginea stammt. Heute nimmt man sie aber vor allen Dingen in Vanuatu. In Vanuatu war 2018 der berühmte Prinz Charles und hat von den Einwohnern dieses Getränk bekommen als Zeichen der Freundschaft, weil man in dieser Gegend das gerne unter Stämmen miteinander austauscht, wenn man viel gestritten hat oder Konflikte hat, als Zeichen der Beruhigung und der Versöhnung, weil es nämlich dann zu einer Ruhe kommt, man ist entspannter und man kann ruhiger miteinander diskutieren. Ich werde dir gleich sagen, womit du es kombinieren kannst, damit es eine noch stärkere Wirkung in dir entfalten kann. Aber bevor ich das tue, erzähle ich dir mal ganz kurz etwas von einem Klienten, den ich vor kurzem hatte, der mir davon erzählt hat, was er noch obendrein für eine tolle Wirkung in sich entfalten konnte. Nämlich, er hat sich leicht euphorisierend gefühlt. Also nicht jetzt Angst bekommen, dass er gar manisch war wie in einer bipolaren Störung. Nein, es war einfach nur eine gehoberte Stimmung. Er hat sich einfach toller gefühlt. Er hatte Lust, mit den Leuten mehr in Kontakt zu treten. Die Stimmung war allgemein heller und er hat sich einfach mehr, wie soll ich sagen, einfach mit mehr Antrieb gefühlt. Er war motivierter. Er hat gesagt, für mich war das ganz ungewöhnlich, weil ich bin so ein Sportmuffel, habe mich dann ins Fitnessstudio angemeldet. Und das hat mir im Allgemeinen dieses Gefühl wieder gegeben, etwas zu machen im Leben. Kann es also sein, dass es süchtig macht? Nein, das tut es nicht. Und jetzt auch mal ganz, ganz tolle Nachrichten für all die Menschen, die Benzodiazepine nehmen, wie zum Beispiel Tavor, Valium und alles, was aus diesem ganzen Spektrum herauskommt. Und es wirkt sogar tatsächlich fast genauso gut. Und es macht aber nicht süchtig. Und das ist ja das Gefährliche an diesen ganzen Drangleise, dass sie ja so süchtig und abhängig machen. So, und jetzt habe ich viel geredet. Jetzt willst du natürlich wissen, worum geht es denn hier überhaupt? Es geht um Kava Kava, auch Rauschpfeffer genannt. Kava Kava, das Mittel, das lange Zeit in Deutschland verboten war, ist wieder legal in einer niedrigeren Dosis. Und du kannst es einnehmen und ausprobieren. Jetzt willst du vielleicht wissen, ob ich es selber genommen habe. Ich selber, bin ich ganz ehrlich, habe es noch nie genommen. Ich habe aber von mehreren Leuten schon gehört, es wirkt wirklich super. Die Studienlage ist auch wirklich phänomenal. Ich habe dir hier einiges mal dazu eingeblendet. Also, wenn du möchtest, kannst es du dir erwerben. Und was ich dir nicht vorenthalten möchte, ist in Verbindung mit Ashwagandha soll es angeblich phänomenal wirken. Wenn du also möchtest, kannst du dir Kava Kava holen und Ashwagandha und es miteinander kombinieren. Aber hey, vielleicht hat ja der eine oder andere damit schon Erfahrungen gemacht. Und falls ja, würde ich mich darüber freuen, wenn du es einmal unten in die Kommentarbox hineinschreiben würdest. Wenn dich jetzt sehr interessiert, wie Rosenwurz wirkt, verlinke ich dir das hier einmal auf der Endkarte. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste. Ich bedanke mich bei dir.